Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Through Plane Station Ziehen wir uns das Feuerwerk in San Francisco an? Klar, dann auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich liebe dich auch. Daddy! Hey, wie geht's dir, Süße? Ich versuch alles wieder auf die Reihe zu kriegen. Ich brauch den Job, Mann. Ich hab jemand anderen gefunden. Was war heute los? Ich wollte noch mal neu anfangen, aber das haut nicht hin. Ich hab so ne Angst, da waren Schüsse. Das war nur Feuerwerk. Hier drin kann nichts passieren. Und was ist mit dir, Daddy? Bevor du wieder aufwachst, sind wir zurück und alles wird gut. Habt ihr heute Abend was vor? Treffen uns mit Freunden, fahren in die Stadt. Fahrt doch lieber mit der Bahn. Dann könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Dann braucht euch keine Sorgen zu machen. Hey, Oscar, wie geht's dir? Cool, mir geht's gut. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Oscar? Hey, ich kenn dich doch. Alle los aus dem Zug! Mit dem Handy. Wie, du bist noch am Zug? Immer noch Bahnhof Fruitware. Warum können sie mir nicht sagen, was los ist? Wo liegt das Problem? Was haben sie getan? Oh mein Gott. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Cool. Alles wird gut. It's now or never It's now or never Untertitelung des ZDF, 2020